Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute machen wir die 10 Arten von Fußballern. Weil es sich ein Abonnent von uns gewünscht hat, nämlich der Confreak. Also ich würde sagen, let's go. Der Ronaldo. Der Hummel. Der Neuer. Abseits, Jiri. Abseits. Der Hit. Der Motivator. Schauen Sie, ich habe mit mir... Ich lege jetzt 6.0 hinterhalten. Nicht egal, 10 Minuten. 6.0 in der Start-Logas. Der Pacer. Der Diller. Der Imitierer, was sich hier jetzt auf die Torjubel bezieht. Der Robin. Der Schummler. Der feiernde Torwart oder auch Buffon. Der Schummler. 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 Der Schummler.